Dank dem Check-In-Code beginnt für Sie und Ihren Besucher ein sehr entspannter Check-In-Vorgang. Herr Gruber betritt den Empfangsbereich. Mit Welcome wird auch Ihr Empfang automatisch über alle eintreffenden Besucher informiert. Und was mache ich mit dem Teil, der nicht übernommen wird? Für beihilfeberechtigte Polizeibeamte besteht grundsätzlich Versicherungspflicht in der PKV. Und zwar genau für den Teil, der nicht durch Deinen Beihilfeanspruch abgedeckt wird. Das heißt, die restlichen 50% musst Du über eine private Krankenversicherung für beihilfeberechtigte abdecken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.